Auf die Treppe 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 So, komm jetzt Futschi-Bus fort an, komm, mach jetzt ganz normal, wie du bist So, alle zusammen Ich muss, lehre meine Kollegen Ich heisse Maik Fidibus und nicht Maik Fidibus, wie er gesagt hat, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es war ein bisschen lustig. Es freut mich sehr, Sie heute willkommen zu heissen und dass Sie weiterhin schauen. Ich habe jetzt meine Antwort mitgenommen und ich warte auf den ersten Anruf von Ihnen und die Nummer geht 0793496748. Und es freut mich um jeden Anruf, man kann nicht nämlich Ihre ungewisse Zukunft heraus vorsagen. Und es ist so, wir haben jetzt ein neues Logo, wir wollen es auf vier Wiesen gesehen, da oben in der Mecke. Oder auf der anderen Seite, ich weiss nicht genau, dann muss der Kollege das noch machen. Aber es freut mich sehr, das neue Zeichen willkommen zu heissen. Und jetzt hole ich gerade den ersten Anruf. Ja. Sie wollen also wissen, wie es mit ihrer Tochter mal durchgeht. Ich brauche nur meine Karte hier. Schnell mischen. Und ich sage es Ihnen, ich mache sie schnell. So. Und zwar, was ist es? Sie ist einfach ein Ass im Modul. Ich sage es Ihnen jetzt ja. Ich mache sie so, ich sage, sie ist ein Ass. Sie macht keine Angst, sie macht gute Noten. Also nächstes Jahr auf bitte. Ja, also ja. Sie wollen wissen, ob es ihr eh gut geht. Ja. Okay, gut. Ja. Gut, ich schaue gerade meine Karte mischen. Ja. Mhm. Ja, sie ist gut. Ich habe jetzt hier etwas gefunden. Und es war auch. Sie sind ihre Frau. Sie findet sie nicht mehr so toll. Und sie wird mit einem Bauern ein Freund gehen. Ich finde es sehr schön aussehen. Aber ich weiss ja, sie... Das gibt es auch nicht, oder? Und ja, ich mache sie nicht zu viele Sorgen. Sie finden auch einen anderen... Anderen... Eine andere Frau meine ich. Ja, und es freut mich, dass ich heute schaue. Und, ähm... Ja. Ja. Wahnsinn zu viele Sorgen. Es wird einfach ein Absturz. Es wird einfach ein Absturz. Ein Absturz. Ein Absturz. Auf Wiedersehen. Es hat mich gefreut, dass ihr euch zu schauen. Und ich hoffe, dass ihr wieder mal schauen wollt. Bei OBS. Zukunft TV. �니다. Mahmut seht someона für Leute an. Vor alto, so ein Abstand für diebeeld,